Die Geschichten über Monster, Albträume, düstere Legenden, die man sich am Lagerfeuer zuflüstert, sie sind alle wahr. Was hast du? Hast du es nicht gesehen? Lass das nicht wahr sein. Was siehst du denn da? Wieso kann nur ich dich sehen? Du bist keine Mundi. Keine Mundi? Du bist kein Mensch. Und was bin ich dann? Deine Mutter ist Schattenjägerin, so wie du. Auf der ganzen Welt jage ich Dämonen, die unterschiedliche Gestalt annehmen. Schattenjäger. Halb Engel, halb Mensch. Wesen mit enormer Kraft. Sie stellen das Gleichgewicht her und schützen die Welt im Kampf gegen das Böse. Was willst du denn mit der? Sie ist anders. Sie bringt uns allen den Tod. Folge der Karte in deinem Kopf. Unser Schicksal liegt in deiner Hand. Das sind zu viele. Hab Vertrauen. Lauf! Willkommen in der City of Bones. Lauf! Ich kann diese Welt im Kampf verstehen. Lauf! Vielen Dank.